Die spanische Polizei hat auf der Kanareninsel Teneriffa eine illegale Waffenproduktion ausgehoben. Dort wurden Pistolen, Gewehre mit 3D-Druckern hergestellt. Die Ermittler nahmen einen Mann fest. Nach Behördenangaben wird diese relativ einfache Produktion von Waffen zu einer immer größeren Bedrohung in Europa. Unter anderem bei dem Anschlag von Halle 2019 setzte der Täter eine Waffe aus einem 3D-Drucker ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017